Vierkletteriger Pflicht! Vierkletteriger Pflicht! Vierkletteriger Pflicht! Meine Herren, wie war's Geschäft? Mein Geschäft war glänzend. Ich hab alles verkauft. Ich hab noch einen Raffankerrer. Nicht ein einziges Stück hab ich verkauft. Ist doch kein Wunder. Welcher Mensch kauft zu Silvester ein Osterhosen? Ein Tron! Du bist ein Trottl! Ja, aber nur väterlicherseits. Ich hab geglaubt, das ist schuld daran, diese Inflation, oder wie heißt das? Inflation! Das hört man jetzt öfters. Was ist das? Inflation ist eine Dings. Das gehört zur Allgemeinbildung, weiß jeder Mensch. Das steht in der Zeitung und im Radio und im Fernseher. Was ist eine Inflation überhaupt? Das ist ja ganz einfach. Eine Inflation ist eine Inflation. Was ist eine Inflation? Inflation ist, wenn die Reste vom Nachtmahl bereits mehr wert sind, als das Nachtmahl gekostet hat. Das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, meine Herren. Mir gefällt die politische Weltlage nicht. Mir gefällt die politische Weltlage nicht. Das hab grad ich gesagt. Ja, aber dir hört ja keiner zu. Naja, die Zeiten, die heutigen Zeiten, sind eben schlecht. Früher hätt man's schon lieb. Mein Gott, im Rokoko. Das muss herrlich gewesen sein. Rokoko. Das ganze Jahr im Kostüm. Und in Österreich geht's doch eh gut. Wunderbar. Wovor warnt man in anderen Ländern? Vor Kommunismus? Vor Seuchen? Vor Inflationen? Und vor Ausbrüchen? Wovor warnt man bei uns? Vor schlechten Mundgeruch. Ja. Was sagst du, Silvester? Ja, ich bin vom Maroni-Brater eingeladen. Die Handschuhe hab ich schon. Wie warst denn Handschuhe? Ja, damit ich nicht mit leeren Händen komm. Prost! Ich feiere auch Silvester mit meiner Freundin. Die hat in mir etwas erweckt, von dem ich gar nicht gewusst hab, dass es geschlafen hat. Mit deinem Spaß. Wiederschauen Frau Gwedeck. Prost! Wiederschauen Frau Gwedeck. 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 Die hab ich einmal gefeiert. Mit der Amanda. Amanda heißt sie. Ja, bitte. Schau auf die Uhr, ist es halb vier Uhr früh. Was hast du gemacht? Ich hab sofort meine Frau angerufen. Hab gesagt, zahl kein Lösegeld. Ich bin soeben entkommen. Das ist raffiniert. Ich hab ja auch eine Freundin. Meine Frau sagt nur mehr Kissinger zu mir. Warum Kissinger? Weil ich nie zu Haus bin. Ich glaub, ich geh jetzt auch. Ich muss nämlich noch mit meinem Hund äußern. Ah, mit deinem Boxer. Wieso Boxer? Ich hab doch einen Dobermann. Wieso denn? Der ist so eine flache Nasen. Der ist neulich unheimlich gegen eine Mauer geredet. Oh Gott. Ich hab ja auch den Hund passen. Ich hab ja auch den Hund. Meine Herren, bitte. Ihr müsst mich jetzt entschuldigen. Ich hab seit neuestem auch einen Hund. Woh? Ja, einen Bernhardiner. Bernhardiner. Das muss aber teuer zum Stehen kommen. Wieso? Mir kommt der nicht teuer zum Stehen. Wieso? Der frisst ja nur Hafer. Hafer? So ein großer Hund Hafer? Wieso? Weil ich ein Psychologe bin. Ich hab mir eingeredet, dass ein Pferd. Weil man grad von die Viecherl... Ich hab eine Papagei geschenkt. Krieg zu Weihnachten. Jelle! Spricht er? Das wollte ich auch in Erfahrung bringen. Ich bin hingegangen zum Käfig und hab gesagt, kannst du sprechen? Kannst du sprechen? Hat er gesagt, ich kann sprechen. Kannst du fliegen? Ja! Meine Mutti! Das muss ich dir doch erzählen. Meine Mutti! Hat er mal zu Weihnachten einen Affen bekommen? Geh! Ich glaub, du bist im August geboren. Na, also da geh ich wieder weiter. Vielleicht verkauf ich noch was. Aber ich fürcht mich so. Es ist so düster draußen. Unheimlich. Diese Menschen jetzt. Vielleicht passiert noch was. Geh, da passiert. Du hast Angst. Das ist typisch. Das ist typisch für dich, dass du Angst hast. Da geb ich dir einen guten Rat. Ja? Geh in eine Karate-Schule in Tokio. Na und? Und bleib dort. Prosit! Auf Wiedersehen, Herr Torner. Auf Wiedersehen, Herr Böhm. Kameré, Kameré ist vorbei. Nur Sekunden und schon geht das Jahr in Pension. Das ist nicht nur eine Television. Jede Uhr zeigt bis uns einfach frei. Wie der Zeigersicht redet, es wird spät und noch später. Die Meternativen oder dann? Wenn die Glocke erklingt, kehrt, beschwingt dann ein jeder. Mit Johann Strauß das Jahr hinaus. Und fängt ein neues Hahn. Auch wenn's Zöl schlägt, das ist uns ganz klar. Wird heut weiter gemacht und noch weiter gelacht. Und deshalb wünschen wir Stadt gute Nacht, guten Tag und ein gutes Neujahr. Guten Tag und ein gutes Neujahr. Und dann wünschen wir uns ganz klar. Und dann wünschen wir uns ganz klar. Und dann wünschen wir uns was. Und dann wünsche ich auch mit die紅 Cen。 Aber wenn es mit ihnenjamt einer schönen exterminung. Untertitelung. BR 2018